Hello, liebe YouTube-Gemeinde, Allah, auch liebe Odyssey-Gemeinde. Ja, es ist soweit. Der Karneval nimmt sein Ende. Kurz vor der Fastenzeit wird nochmal so richtig losgelegt, wobei wir uns hier in der Redaktion denken, dass wir eigentlich jeden Tag Karneval haben. Das ganze Jahr über, denn die Clown-Welt schläft nicht. Ja, und zur Clown-Welt gehören auch Gipfel. Gipfel sind wichtig, denn auf Gipfeln entscheiden die Eliten, wie sie die nächsten Jahre mit uns umgehen werden. Und, ja, spinnen sich da ihre Ideen zusammen, verschwören sich, könnte man schon fast sagen, um, ja, die besten Ideen gemeinschaftlich durchzusetzen. Genauso auch beim, ja, Weltregierungsgipfel, offizieller Name World Government Summit, das jetzt gestern in Dubai sein Ende gefunden hatte. Auf diesem war auch Elon Musk vertreten, im Gegensatz zum WEF-Gipfel. Was er, ja, blockiert hat oder welches er blockiert hat. Und mit Elon Musk möchte ich anfangen, denn er hat in seiner Rede kritische Worte zu diesem Weltregierungsgipfel gefunden. Ich möchte zitieren. Eines sollte ich sagen, und ich weiß, dass dies hier der Weltregierungsgipfel ist. Aber ich denke, wir sollten ein wenig besorgt sein, dass wir zu sehr zu einer einzigen Weltregierung werden. Wenn ich sagen darf, dass wir vermeiden sollten, ein zivilisatorisches Risiko zu schaffen, in dem wir offen gesagt, das mag etwas seltsam klingen, zu viel Zusammenarbeit zwischen Regierungen haben. Wenn man sich beispielsweise die Geschichte und den Aufstieg und den Fall von Zivilisationen ansieht. Im Laufe der Geschichte sind Zivilisationen entstanden und untergegangen. Aber das bedeutet nicht den Untergang der Menschheit als Ganzes. Denn es gab all diese einzelnen Zivilisationen, die durch diese große Entfernung getrennt waren. Ja, also, was sagt er im Prinzip? Also, im Prinzip, natürlich handelt es sich noch nicht um eine Weltregierung, die wir haben. Ja, aber man merkt halt deutlich, dass die Regierungen der Welt immer mehr sich verbünden. Ja, praktisch keine Freiräume mehr schaffen für Leute, die nicht mit der Meinung einer Regierung einverstanden sind. Ja, also, eine Regierung macht etwas. Ja, und theoretisch hätte man dann die Möglichkeit zu sagen, okay, mir gefällt nicht, was diese Regierung in diesem Land macht. Und ich gehe in ein anderes Land und werde da glücklich. Ja, und das wird natürlich durch diese Gipfel und durch diese Absprachen zwischen Regierungen, ja, verhindert im Prinzip. Ja, also, wenn es eine weltweite Einigkeit gibt, wie man, ja, die Menschen beherrschen soll, ja, dann ist es de facto schon eine Weltregierung. Ja, und ja, genau das zeigen uns diese Gipfel, diese ganzen Treffen und so weiter, wo sich alle möglichen Politiker aus gesamter Welt versammeln. Ja, und wie gesagt, Pläne schmieden, ja. Die gehen da ja nicht hin, um über Fußball zu sprechen oder über, was Heidi Klum jetzt Neues gemacht hat oder über den neuen Dschungelstar oder das Dschungelcamp. Nein, die reden da knallhart über Politik, ja. Und natürlich tauschen die Ideen aus, sprechen sich ab. Wie können wir was wo machen? Das ist ja keine Verschwörungstheorie, dass die da über Politik reden. Nun, aber, ja gut, immerhin Elon Musk hat kritische Worte gefunden. Er hat auch schon häufiger mal kritische Worte gegenüber Regierungen gefunden. Ein ähnliches, ja, Zitat war, oder eine ähnliche Aussage war sinngemäß, dass ja Regierungen ja auch nichts anderes sind als eine große Mafia-Organisation. Ja, wenn man denen das Recht nimmt, da hat er sich wahrscheinlich auch einigen historischen Philosophen bedient. Und, naja, gut, aber, ja, wer auch immer wieder mal zu unserer neuen Elite scheinbar dazugehört, ist Katja Diehl. Die ist, ja, quasi die Mobilitätsexpertin von Anne Will. Also, falls Katja Diehl ihnen nicht bekannt ist, sie war vor kurzem bei Anne Will und hat da, ja, über die Verkehrswende gesprochen, was wir denn brauchen und so weiter. und ist übrigens auch die, ja, ist die Beraterin der österreichischen Klimaschutzministerin, ja. Also, man soll jetzt nicht sagen, diese Frau hätte keinen Einfluss. Und, ja, diese Frau war jetzt auf einem Treffen der Lübecker Ortsgruppe Fridays for Future. Na, und da fand sie natürlich auch mal wieder klare Worte, wie sie sie sich vorstellt, die Zukunft für uns, ja. Und, ich zitiere sie, wir nehmen an, oder, nee, wir nehmen den Deutschen den Traum von eigenem Auto und vom Eigenheim. Ja, darauf soll es hinauslaufen, ja. Sie werden nichts besitzen und glücklich sein. Das ist doch auch, was unser Liebster, Verschwörungsklauen Klaus Schwab immer wieder sagt. Und, ja, welcher Gesinnung dieser Dame anhängt, sollte eigentlich klar sein, weil es ist schon ein bisschen merkwürdig. Diese Frau hetzt gegen Vermieter, aber gleichzeitig will sie auch das Eigenheim verbieten. Ja, worauf soll das denn hinauslaufen, wenn es keine privaten Besitzer mehr gibt, kein selbstgenutztes Wohneigentum, keine Vermieter, ja, worauf läuft es hinaus? Staatsbesitz, ja, Sozialismus, Kommunismus, das ist ihre, ja, ihre politische Einstellung. Und, ja, das lässt sie ganz offen raushängen, ja. Zudem ist mir ja noch ein Zitat untergekommen aus dem letzten Jahr von ihr. Und zwar am 1. Januar hat sie über das Neujahrskonzert des Wiener Orchesters auf Twitter eine, ja, ich würde fast sagen, rassistische Äußerung getroffen. Ich zitiere sie mal. Und selbst beim Schauen der Wiener Philharmoniker komme ich nicht umhin, etwas gestresst zu bemerken, wie weiß und männlich sie sind. Und sich mit dem Thema weiße Mehrheitsgesellschaft beschäftigen, heißt, nicht mehr wegschauen zu können und zu wollen. We will fix that. Ja, wer ist wieder wir? Ja, wer, wer wird das in Ordnung bringen? Ja, wer wird das in Ordnung bringen, dass es zu viele Weiße im Wiener Orchester gibt? Ja, wer will das in Ordnung bringen? Wie und wie? Ja, ich meine, will man zukünftig nach Hautfarbe diskriminieren, wer oder wie oder wann jemand eingestellt wird? Oder ich weiß nicht, wie die sich das vorstellt. Aber ich meine, gut, die gesamte Klimabewegung scheint ja irgendwie diesem Sozialismus, Kommunismus verfallen zu sein. Es gibt ja keine marktwirtschaftlichen Lösungen. Ja, der Kapitalismus ist schuld und bedenklich ist halt, dass gerade diese Leute eben in den deutschen Talkshows, eben Öffentlich-Rechtlichen sitzen und da einfach ihr teilweise rassistisches und wohlstandsgefährdendes und auch freiheitsgefährdendes Gedankengut einfach frei und widersprochen praktisch äußern dürfen. Ja, wir wissen, wie das abläuft, wenn eine öffentlich-rechtliche Talkshow sich auch mal einen Kritiker der Klimabewegung einlädt. Das ist dann einer von der SPD oder so, der dann sagt, macht man nicht ganz so krass. Aber ansonsten voll auf Linie ist. Wir kennen es. Naja, aber wo wir schon beim Rassismus sind. Bleiben wir beim Rassismus und beim Karneval. Ja, denn es gibt jetzt rassistisches Gebäck. Ja, zur Narrenzeit lassen sich Bäcker für ihre Leckereien auch schon mal eine Jecke Dekoration einfallen. Ja, und so auch in Baden-Württemberg, genau, in Heilbronn, dort hat der Bäckermeister Rolf Herrmann seine gefüllten Krapfen mit so kleinen Figuren dekoriert. Ja, also zum Beispiel so kleine Cowboys oder Indianer oder auch so eine schwarze Frau mit einer Knochenkette und so. Ja, und gerade das, ja, also Cowboys und Indianer, ich meine, Cowboys sind noch weiß, ja, das ist jetzt noch nicht rassistisch. Wobei Cowboys ja rassistisch sind, also ist das auch wieder rassistisch. Aber Indianer ist schon rassistisch. Also das ist schon, ja, wir kommen gleich auf die Begründung. Und zwar, ganz schön rassistisch fand das halt auch die Antidiskriminierungsstelle der Stadt Heilbronn, ja, und sie schickte dann ihrem Bäcker, ihrem ansässigen Bäcker auch direkt eine, ja, eine Abmahnung und der Inhalt ist, ja, wieder sehr aufschlussreich. Ich zitiere, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Darstellungen dieser Art Stereotypenbildern bedienen, ja, Zitat Ende. Bei seinen Backwaren handele es sich um, Zitat, Reproduktion kolonialistischer Vorstellungen und einer Geschichte von Unterdrückung und kultureller Aneignung, Zitat Ende. Ja, also wir sehen schon, worauf das hinausläuft, ja, also wir wissen ja, als Kindergartenkind darf man sich nicht mehr als Indianer verkleiden, weil man eignet sich ja dann die Kultur der Ureinwohner Amerikas an, oder des amerikanischen Kontinents, und das geht ja gar nicht, ja. Ich meine, es ist ja Rassismus pur, wenn man sagt, oh, die Kleidung von diesen Leuten natürlich stilisiert, ne, nicht jeder Indianer sieht aus wie ein Kindergartenkind, das sich als Indianer verkleidet, das ist klar. Aber mir gefällt das irgendwie, ja, ich verkleide mich gerne als Indianer, Sasquatch, was auch immer, ja, und den Kindern gefällt das, die machen das ja, weil sie das irgendwie, ja, schön finden, ja, und irgendwie, weil es dazugehört, auch in andere Rollen zu schlüpfen und so weiter, ja, und es, da dann im Prinzip den Kindern, ja, Rassismus vorzuwerfen, ich meine, ja gut, man wirft jetzt auch Gebäckrassismus vor, ja, also, ich meine, alles ist rassistisch heute, ne, also, besonders, wenn man selber weiß ist, ja, ich meine, als Weißer ist man ja, ja, per Definition ein Rassist, ja, ich meine, Weiße per Definition als Rassisten zu bezeichnen, ist auch irgendwie ein bisschen rassistisch, aber, naja, aber Weiße kann man ja nicht rassistisch sein, wie auch immer. Hautfarbe spielt für mich eigentlich keine Rolle, wenn ich mit Menschen zu tun habe, für mich zählt, kann ich die Leiden benehmen, die sich gut, haben wir irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Aber, mir ist das sowas von egal und als die Linke damals angefangen hat, die Leute wieder in Hautfarben einzuteilen, habe ich mir auch gedacht, okay, ich dachte, wir hätten das hinter uns, aber ist egal. Naja, jedenfalls, der Bäcker selber sieht da wenig Rassismus, ja, er hat bisher keine Kundengeschwerden bekommen und hat auch bekannt gegeben, dass er bei seiner Deko bleiben wird. Denn, ich zitiere ihn, unsere Einstecker zeigen alle Figuren im gleichen Maße albern. Menschen mit hellerer Haut sind schließlich auch nicht alles Cowboys oder Seeräuber oder Clowns. Ja, damit hat er recht, ja, also, nicht jede schwarze Frau hat eine Knochenkette, ja, natürlich nicht, genauso wie nicht jeder Weiße ein Seeräuber oder ein Clown ist, ja, also, ja, wenn man alle gleich behandelt, dann ist es auch nicht gut, ja, also, man darf sich, man, oder man hat sich früher gedacht, ja, okay, man, wenn man sich über alle lustig macht, ich glaube, das sollte in Ordnung sein, ja, also, heute nicht mehr, heute darf man sich nur über Weiße lustig machen, weil Weiße alles Rassisten sind und, ja, wie dem auch soll, ich verquatsche mich hier gerade, aber, ähm, das ist irgendwie hier mein Stil, glaube ich. Gut, ähm, wir haben noch ein bisschen was aus der Politik, ähm, und zwar ist die CDU unter die Verschwörungstheoretiker gegangen, denn Gitta Connemann von der CDU und Christian Dohleschal, 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 wie auch immer, von der CSU warnen vor Fahrverboten für Verbrenner. Ja, wer hätte es gedacht, ne, am Dienstag entschied das EU-Parlament noch das Verkaufsverbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035. Ja, und, äh, heute geht es den Ökospindern schon wieder nicht mehr weit genug, denn es gibt eine, eine Studie von Greenpeace, die uns genau sagt, was wir zu tun, was wir zu lassen haben und, äh, deswegen warnt Gitta Connemann, wie gesagt, CDU, ähm, ja, vor Fahrverboten. Ich, äh, möchte kurz ein Zitat von ihr anbringen. Die ideologische Frontlinie der grünen-linken Autohasser verschiebt sich immer weiter. Erst werden die Grenzwerte hochgeschraubt, dann Motorentypen verboten und dann könnte es auch noch Fahrverbote hageln. Ja, hört sich jetzt erstmal wie eine Verschwörungstheorie an, ja, Mutmaßung, aber diese Mutmaßung ist begründet. Äh, und zwar, wie gesagt, mit einer Greenpeace-Studie und, ähm, dazu schreibt die Bild, ich zitiere die Bild, In dem Papier, Zeit für einen Klim-, äh, Zeit für eine klimaschonende Verkehrswende, heißt es, dass der Verkauf neuer Diesel- und Benzinfahrzeuge einschließlich Hybridfahrzeugen bis spätestens 2028 eingestellt werden müsse. Also, denen geht es natürlich nicht schnell genug, ist klar. Ähm, und die Greenpeace-Studie dann weiter. Bis 2040 müssen alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor von Europas Straßen verbannt werden. Mehr noch, in dicht besiedelten Städten sollte ein vollständiger Ausstieg aus Diesel- und Benzinfahrzeugen bereits deutlich vor dem Jahr 2040 erfolgen. Ja, das Ziel, gemessen am Stand von 2015, muss der Bestand von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bis 2030 um 27 Prozent und bis 2040 um 47 Prozent reduziert werden. Ja, wir haben alle gewarnt, ähm, wenn wir diesen, diesen, diesen Klima, ähm, ich will nicht Terroristen sagen, aber die, ähm, Klimadiktatoren vielleicht, ähm, wenn man, wenn man denen nur einen, einen Spalt die Tür öffnet, ja, dann, dann werden sie in Massen hereinströmen, ähm, ja, und ihre, ihre Forderungen durchsetzen, ja. Ich, ich, ich sehe es als nicht unrealistisch an. Ich meine, am Ende, was muss man tun, um praktisch Diesel und Pkw aus den Städten zu verbannen? Äh, eigentlich doch nur wieder irgendwelche Grenzwerte anheben, äh, beziehungsweise absenken, äh, die absolut unmöglich einhaltbar sind, wenn dort Verbrennungsmotor fahren. Ja, und ab diesem Punkt, ich meine, die Gesetze gibt es, es brauchen nur Grenzwerte angepasst zu werden und schon ist das Verbot da. Also, äh, wir hatten es ja zum Beispiel auch mit dem Dieselfahrverbot auf gewissen Strecken, wo dann Umwege gefahren werden mussten. Wie gut das für die Umwelt ist, konnte mir bis heute noch keiner beantworten, aber gut. Ja, aber auch, ähm, ein, ähm, EU-Abgeordneter, Christian, äh, Le Chal, hatte ich eben schon erwähnt, von der CSU, er warnt genauso. Also, die Vordenker der Anti-Auto-Bewegung sprechen bereits über strengere Schadstoffrichtlinien und damit auch Fahrverbote für Autos mit Verbrennungsmotoren. Das wäre ein Angriff auf unsere Wirtschaft, die Freiheit von Millionen Bürgern und vor allem den ländlichen Raum. Ja, da muss man ihm leider zustimmen. Das Problem ist, wir sprechen jetzt gerade über CDU-CSU-Politiker, die jetzt gerade auf richtig dicke Hose machen, ähm, ja, das funktioniert alles so nicht. Und, oh mein Gott, das, das wird so negative Auswirkungen auf uns haben. Ähm, rufen wir uns doch nochmal in Erinnerung, wer die letzten 16 Jahre, wie lang war die Merkel-Ära, in der Regierung war. Wer das alles so verantworten hat, wer, wer für diesen Status Quo, den wir gerade haben, wer, wer gesorgt hat, wer immer wieder nachgegeben hat, wenn, wenn irgendwelche Öko, ähm, ich will gar nicht gegen die Öko-Bewegung so, ähm, schießen, gegen diese Klima-Bewegung, ja, ja. Ähm, wenn irgendwelche Klima-Bewegten, um es mal korrekt zu gendern, wenn irgendwelche Klima-Bewegten mal wieder irgendwelche Forderungen hatten, ja. Ja klar, denen ist man nicht voll nachgegangen, aber so im vorauseilenden Gehorsam hat man denen dann doch meistens irgendwie 70, 80 Prozent ihrer Forderungen gegeben. Ja, und wo wir jetzt stehen, sehen wir ja jetzt, na, das ist alles CDU-Politik gewesen, ja, und jetzt stellen sich CDU-Politiker hin und sagen, oh, böse, böse ist ja alles, alles schlecht hier. Also ich weiß nicht, das hört sich für mich halt wie typisches Oppositionsgebrabbel an, ja, ich meine, die sind jetzt in der Opposition und jetzt müssen sie halt gegen die Regierung sein, ja, auch gegen alles, was sie vorher selber gut fanden und vorangetrieben haben. Ich meine, das macht die AfD auch schon seit Jahren, ja, deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass mit einer AfD in der Regierung es nicht viel anders laufen wird als, äh, ja, unter Merkel oder, äh, wer war davor? Ähm, also, großartig verändern wird sich da meiner Meinung nach nichts, also, ähm, vor allem, was, was wollen die jetzt machen? Ich meine, nehmen wir mal an, eine CDU würde jetzt tatsächlich in der nächsten Bundestagswahl wieder eine, eine große Mehrheit bekommen, äh, weil sie jetzt gute Oppositionsarbeit gemacht haben, ja, also die Regierung schön kritisiert haben, ähm, was wollen sie denn machen? Ich meine, die Gesetze kommen ja teilweise aus der EU, so, die, die können sich ja nicht einfach gegen, dann, dann, dann kommen die mit der Ausrede, ja, wir können es ja nicht gegen die EU stellen, ja, tut mir leid, ja, aber ein EU-Austritt ist für die ja auch keine Frage, ja, also, äh, schenkt der, äh, CDU nicht zu viel, äh, Aufmerksamkeit, äh, gerade wenn es um Themen geht, die sie, ähm, jetzt ansprechen, wo sie selber Auslöser der ganzen Misere sind, ja. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange habe ich den jetzt gemacht? 19 Minuten? Ha, okay, die längste, kürzeste Wortmeldung der Welt. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt bei Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen, ähm, einigermaßen gefallen. Ja, und, äh, und, äh, falls Ihnen, äh, diese Sendung gefällt und, äh, die Ansichten, die hier vertreten werden, dann wird Ihnen vielleicht auch unser Heft gefallen. Eigentümpisch frei erhalten Sie als Einzelausgabe, als Schnupperabonnement oder Jahresabonnement und es würde mich freuen, wenn Sie, ähm, äh, uns eventuell eine Chance geben und, ähm, ein, ein Schnupperabonnement abschließen zum Beispiel und uns mal ausprobieren. Ähm, ähm, die kommenden Tage erscheinen auch unsere neueste Ausgabe 230 und, ähm, die wird wieder sehr, sehr gut. Ja, und, ähm, irgendwas habe ich noch vergessen? Genau. Ja, mein Kollege Martin möchte der größte und beste Schlager, er ist schon der größte und beste Schlagerstar dieses Planeten. Das Problem ist, viele Leute wissen das noch nicht. Deswegen teilen Sie doch dieses Video hier. Jetzt muss ich hier auf den Kontrollmonitor gucken. Und dieses Video, damit, ähm, ja, die frohe Botschaft von Steuern sind Raub und ich lieb CO2 in die Welt hinausgerufen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein paar wunderschöne Karnevalstage. Dankeschön.